Eins, zwei, drei, vier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Offenes Feuer ist hier untersagt. Das waren wir doch gar nicht. Ja, das waren wir doch gar nicht. Ihr seid hiermit ermahnt. Das ist der Stuhl. Da kann man doch mal ein Auge zudrücken. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das ist der Stuhl. Hör mal, mein Sohn, da du Polizist bist, ist es deine Pflicht, stets aufmerksam zu sein. Aber auch daran zu denken, Freund der Leute zu sein. Sie trotzdem zu studieren. Du sollst Verantwortung zeigen und Stärke beweisen. Sei dir sicher, eines Tages wird dich jemand brauchen. Polizei, Revier oder Berg, was kann ich für Sie tun? Go to the Cyclops Das habe ich doch gar nicht geschrieben Okay Was macht denn das Gebiss in der Tasse? Was macht denn das Gebiss in der Tasse? Es scheint ein großer Auftrag zu sein Aber wo soll ich nur beginnen? Ein Fahrrad Das ist ja allerhand Das hätte es früher nicht gegeben Sonne scheiße Stimmt was nicht? Was ist denn mit Ihrem Auge los? Hau an nicht beißen Was machen Sie denn da? Meine Hände Excuse me, meine Hände Excuse me Sorry, in the back please Watch out Cat Thanks for driving Das ist ja allerhand Das ist ja allerhand Das ist ja allerhand Twoje Radio Wawa Zawsze polska muzyka Und hierherhand Das ist ja allerhand Das ist ja allerhand Das ist ja allerhand Over to you. He's heavy. Ist das das Leben danach? Polizei Revier Oderberg, wie kann ich Ihnen helfen? Dass du sitzen geblieben bist, hilft jetzt auch nicht weiter. Wie sind sie überhaupt? Ey, wir haben dich. Würde ich nicht vom Fleck. Ein Zentimeter. Warte nur ab, wir machen dich kalt. Schwester? Hallo? Kannst du mich hören? Ich hör nichts. Sie sind mir auf den Fersen. Wenn du mich hörst, sag Mutter Bescheid. Ich bin in Sicherheit. Schlechte Verbindung. Macht euch keine Sorgen. Warum ist denn der Busch so unscharf? Und wo ist mein Fahrrad? Das Auge des Gesetzes. 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 Würde der Polizist jemals an seinen Arbeitsplatz zurückkehren, würde er nichts, keine einzige Akte, an ihrem angestammten Platz wiederfinden. Vielen Dank. Geh! 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 Geh!